Vielleicht wäre es ein guter Anfang, das Licht wieder anzuschalten. Ich brauche etwas zu essen! Geht's aus! Mit den Klingenenten kehre ich besser zurecht. So ist es klar, George! Kein Grund, irgendwen zu beißen! Ah, viel besser! Wir können es sehen! Ich glaube, vorher hat es mir besser gefallen. Was hat Fischsaft mit dem Hacken von Leben zu tun? So ist es brav, George! Kein Grund, irgendwen zu beißen! Oh! Versucht es erst gar nicht! Habt ihr das gesehen? Ihr wünschtet, ihr hättet das gesehen! Packen, reißen, stecken! Das kann ich! In der Verkaufelung nach Maslow! any favourite Staffel? Nassen Sie es! In einer Verkaufelung nach Maslow Eres! Safteln Sie? Neum! In einer R青! Das war es noch! Ach, schneden Sie! Eres! So ist's brav, George. Kein Grund, irgendwen zu beißen. Bereit euch, der Blichtbeschränker. Jetzt seid ihr nicht mehr so stark. Was? Der Sturm ist vorüber. Haben wir gewonnen? So ist's brav, George. Kein Grund, irgendwen zu beißen. Requisitenerteilung? Ihr habt mir das Leben gerettet. Ihr seid jetzt sehr lustig, auf dem Kleinen rumzuhacken. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Gein Kratz! Warte! Ein schöner Tag ist es immer noch nicht. Okay, Leute. Ja, das ist England. Ich schwöre, ich habe einen Tunnel aus Licht gesehen. Nicht, bei dem hätte ich bloß Glück. Lass mir die Werte wieder zu den Monster! Ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann! Cool! Ich meine, solange du nicht das Gesicht hochkommst... So ist's brav, George! Kein Grund, irgendwen zu weißen! Cool, Träger! Sag hallo zu meinem enormen Brust! Halt hier! Ich hab euch gewarnt. Reiz mich nicht. Wiese! Wer hat dir erlaubt, zu retten? Weißt du, wie viel Munition ich habe? Weniger als eins! Jetzt verliebt den Luftbeton! Moment! Ich würde mich revanchieren! Wenn wir landen uns überlegen. Ich teuse... Das hat nichts zu tun, mit dem Erhaken von Leben zu tun. Der Sturm ist vorüber. Tut es dir leid, hm? Jetzt bestimmt. Ich sehe das falsche Opfer ausgesucht, was? Hey, Traumtänzer. Du solltest besser aufwachen und dich entschuldigen. So ist es brav, George. Kein Grund, irgendwen zu beißen. Das hat jeder. Das ist kein... das ist kein Tier beim... den Kapitel. Ihr habt die Erlaubt zu retten. Wir sollen weiter, gehirnkasser. Vielleicht kann ich mir jetzt reinfahren und einem Fliegerwaffen leisten. Ich weiß nicht, dass jeder Führerkreuz jetzt in der Macht hat. Das ist ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Sie soll nicht zielen, wenn du so schnell läufst. Ich hab dir das falsche Opfer ausgesucht, was? Habt ihr immer noch Hunger? Ich brauche die Statistik! Ich darf nur mit dem Sack. Nicht gut! So ist's brav, George. Kein Grund, irgendwen zu beißen. Wo sind meine Schauspieler? Ich glaube, George hätte was gegen diese Rennerei. Ich bin bereit! Das war ein Bombenerfolg! 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 Das war ein Bombenerfolg!